so leute die eltern sagen immer ich helfe nicht im haushalt mit zeige ich den die haushalten helfen die tür ganz leise lalalalala lalalala ist die Hake oder was denn? nö was stimmt mit dir nicht? Hau ab was ist denn bei dir nicht? sag mal, hör auf jetzt, ich muss schlafen, Mann, ja, ich geh wieder raus, ja, geh raus, ja, chill mal kurz, das war die Miete, verschwinde hier, ich will schlafen, Hau ab jetzt, ey, das ist mein Kissen, das ist mir doch egal, ich will schlafen, Licht bleibt an, tschüss!